Hallo und herzlich willkommen zur endlich zweiten Ausgabe von YouTube-Vorstellung. Heute mit ActionTV. Vorhin ist halt der Livestream kaputt gegangen. Also, ich nehme es noch am selben Tag auf. Ja, fangen wir an. Also nochmal, sorry dafür. Also, er macht gute Videos. Ich werde ihn dann nochmal in der Infobox verlinken. Halt auch Thomas Videos. Hat mich sogar gegrüßt. Danke dafür. Tipp. So. Er hat halt auch schon ein Let's Play gemacht. Clash Royale. Er macht auch etwas lustigere Videos wie Katze und Weinsittik. Fand ich jetzt eigentlich auch lustig. Hulk Modes. Also, es ist eigentlich für jeden was dabei. Einfach mal vorbeischauen und abonnieren. Ich habe, ich frage mich immer noch, wie du das Magazin im Zeitraffer gemacht hast. Vielleicht beantwortest du mir ja die Frage. Also, es ist manchmal nicht so ausgeführt, weil ich die Videos dann zweimal gucken wollte, aber er es dann nicht gemacht hat. Seine Busfahrt. Haben wir heute im Live-Stream angeguckt. Also, ja. Hat halt... Das wird jetzt nicht passieren. Aber erhoben. Hier mal einfach wieder aufbinden. Kanal. Ja, 13 Abonnenten. Habe ich auch schon mal im Live-Stream gezeigt halt. Ihr habt auch ein Video, was so gut wie 0 Sekunden geht. Das würde ich ja jetzt euch auch mal zeigen. Was sind das? Staffel 19 halt. Das ist 21. Hier. Also, dann kann ich eigentlich sagen. Bis zum Nächsten. Ist halt in der Infobox verlinkt. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Bis zum Nächsten. Bis zum Nächsten. Bis zum Nächsten.